hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge in fortnite rette die welt ist der spiel modus also ja erkennt man ja unschwerst ist nicht battle royale es gibt anhänger lamas der maximal vier stück die kosten das stück 200 ich entscheide mich alle vier zu nehmen was ist sind anhänger lamas drin es sind mindestens sieben anhänger anhänger kann also alles sein was person ist es können also verteidiger sein überlebende und auch hält so da haben wir schon mal verteidiger wir haben überlebende ja ja ach so tickets natürlich auch 200 da ein lama 200 kostet gibt es auch 200 tickets und da haben wir einen legendären überlebenden und wenn ich das richtig gesehen habe war es ein anführer und die werden immer silber automatisch weil ich jetzt beides mal silber hatte ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern schon lange keine normalen anhänger damals mehr gehabt glaube ich und ein epischer überleben da und er das was und dann ja also sie werden wohl immer silber da hatten wir kyle in ungewöhnlich also ja damit man auch sieht es gibt auch überlegen helden natürlich überlebende ohne ende und auch verteidiger und natürlich kann man auch mal klug haben ein goldenes zu erwischen sehr schön und dann hoffe ich doch auch auf etwas richtig fettes noch so das ist es nicht das auch nicht es kommt noch was jauh ein legendärer überlebender und an noch ein legendärer überlebender zwei anführer und ein tüftler der erfinder noch ein anführer also ich hätte eigentlich naja gut also jede menge anführer der drei schon mal das war glaube ich noch mehr dass noch einer vier anführer jetzt könnte man natürlich sagen genau die brauche ich alle nicht weil ich habe überall schon mythische aber okay also vier legendäre aus vier lamas sozusagen also einmal hatte ich halt drei und das andere mal war es nur noch einmal ein einzelnes ein einzelnen legendären ist in ordnung ich kann damit leben sehr schön nebenbei gibt es 800 tickets das heißt also da springt ein winterlammer raus wollen wir das nicht gleich machen kommen wir machen es wir hauen voll raus und wir machen gleich noch hinten drauf das winterlammer dann sind die tickets auch gleich weg und ja es gerät kein ich nehme jetzt mal einen soldaten und was kommt jetzt nehmen wir jetzt einen entdecker oh gott auch noch eine unter unter sortierung der drei oder ich bin mir jetzt nicht sicher aber ich glaube ich habe sie beide ich bin ziemlich so ich habe sie beide ein epischer überlebender auch ein anführer hatten wir gerade schon ein paar also nichts legendäres aber es ist in ordnung und ich habe noch 333 tickets das heißt es reicht nicht noch für ein zweites ja das waren sie also die vier anhängerlamas und oben auf noch einfach so weil es gerade dabei war das winterlama ich hoffe wir sehen uns in einer weiteren folge in fortnight rettet die welt wieder es würde mich zumindest sehr freuen und damit ihr wisst wann was kommt abo da lassen glocke aktivieren das klappt auf jeden fall bis dahin tschüss wir sehen uns